So beim Boss, kurz bevor wir so bei dem ein oder anderen Bosskampf sind oder besser gesagt beim Finale ankommen, dass wir wenigstens wirklich sagen, okay passt, wir haben überall die Flaggen, dann machen wir auf Chili Vanille mäßig alles, naja, was geht, auch so ein bisschen zusätzlich. Schauen wir aus, der ein oder andere will auf die nächste Stufe gelangen, habe ich gehört. Wenn ich gesagt habe, machen wir einfach einer von den untersten, genau, damit da wenigstens ein bisschen was weitergeht. Die ein oder andere Menstruationstasse habe ich eh noch. Ist zwar nicht viel, aber wenigstens ein bisschen, na schau, ich habe es auf sieben, na immerhin. Ich rechne mal stark damit, dass da wieder mehrere Gegner gleichzeitig kommen werden. Yep, und wie, ich habe schon die Kotz gesehen, habe schon die Kotz gesehen. Ganz gefährlich. Warte kurz, da ist aber noch einer, oder? Ah, da. Den habe ich überhaupt nicht gesehen gehabt, überhaupt nicht in uns. Den habe ich gar nicht gesehen. Was ging die Kotz aufpassen? Ich gebe gleich lieber Flammenschwert. Schmeckt am besten. Ein gegrilltes Mietze am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Alles klar. Habe ich mir jetzt auch gehabt, könnte er wohl wieder schlimmer enden. Typisch, Klassiker. Wie und je. Das klappt ja nicht ernsthaft auf der Hau. Das klappt ja nicht ernsthaft, der Hau. Das klappt ja nicht so ernst, oder? Das klappt ja fit mit jetzt. Das ist ja auch so. So oft gegen Ihrem Gäbter war schon ganz genau. Ja schon ganz genau. Das ist ja kein Gegner mehr für uns. Ah, den hole ich mir gleich. Den hole ich mir gleich. Der ist gleich easy. Ich brauche trotzdem noch, der Havara braucht trotzdem noch, Diga, Diga, wieviel schluckt denn der Havara? Bist du deppert? Ja, da war ich jetzt schon lange, bis der Meier geht. Ein kleiner, stärkerer Miniboss, oder was? Havetieri! Uiuiuiui! Achso, da ist ja, äh, Leihung. Ich will es ja nicht sagen, aber da ist ja noch einer, der Versteckte. Gibt es noch einen Versteckten? Ja und wie? 100.000 Versteckte? Das gibt es ja nicht. Das war ja gar nix, geh, 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 komm! Kommt eh noch was, Gott sei Dank, war schon ein bissl enttäuscht. Du hast es geschafft. Ich empfehle dich, dass du das Schöpfle von einem Schöpfle gehst. Bringt die Versteckte zurück in diese chaotischen Zeit, braucht es, dass wir wissen, wer wirklich ist, wer wirklich virtuell ist, und wer ein Wölfe und Blöden ist. Du siehst das? Leaping in die Luft, Baisu signiert uns, dass unsere Böden noch näher werden. Ja, Hauptschlag. Wir haben sonst eh nix mehr. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn, Alter. Äh, eigentlich im Prinzip so schnell wieder eine Mission gekriegt und so schnell sind die auch schon wieder weg. Schade, 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 schade. Aber geil, geil, geil. Was mal wieder währt. Hab ich mal gesagt gehabt, wenn da technisch. Oh, ui, ich kann verimpfen von den Dingen. Ui, 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 ui. Unter 200.000 Boyer nicht vorbeischauen. Hätte ich mal gesagt gehabt. Geht da? Geht da noch was? Nein, nein, da sind wir auch schon brav gewesen. Ja, da fehlt uns wirklich nur die eine Flagge da. Das ist ein Witz. Ach so.